Jetzt geht es los. 8000 auf einmal. Jetzt geht es ganz, ganz schnell. Wahnsinn. Wir sind sprachlos. Wahnsinn. Wir haben gerade schon gesagt, wir können doch nicht schon wieder ein Abonnentenspecial machen. Wir machen jetzt jeden Tag ein Abonnentenspecial. Und dann haben wir gesagt, sollen wir es sein lassen? Nein, das wirkt undankbar und das ist nicht gut für unser Karma. Wir gehen euch auf den Sack und dann müssen wir jetzt halt immer Abospecial drehen. Ja, vielen Dank an Sven nochmal von German Television. Den haben wir das gerade wirklich auch zu verdanken, dass jetzt gerade so ein Ansturm kommt. Und vielen Dank an euch ganz besonders, weil ihr seid diejenigen, die rüberhuschen, bei uns gucken und die uns abonnieren. Ja, auf jeden Fall. Und herzlich willkommen zu den 8000 Menschen oder zu diesen vielen weiteren, die noch dahinter stecken. Oft guckt man ja zu zweit. Speziell nochmal herzlich willkommen an die 500, die jetzt nachgefolgt sind seit dem letzten Abonnentenspecial. Wir freuen uns tierisch und wir können unser Glück kaum fassen. Und für uns ist das so eine wunderschöne Sache. Ja, wir sind einfach happy. Also toll. Ja, ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll. Also jetzt haben wir drei Tage in Folge ein Video gemacht. Aber ein Abonnentenspecial, das ehrt uns sehr auf jeden Fall. Also das ist großartig. Wir leben hier weiter unseren Traum so gesehen. Also es ist wirklich Freiheit pur. Das kann ich euch nur sagen. Und ja, wir machen ganz, ganz viele Videos. Wir hauen hier wirklich in die Tasten. Ich sitze hier teilweise bis abends, mache noch Kommentare, schneide das Video und mache mir. Ich bin wirklich so mit rote Augen schon ganz klein. Ja, dadurch, weil wir jetzt so viele neue haben, schreiben die Leute uns. Wir möchten ja auch immer zurückschreiben und so. Und dann hier und da und jenes. Und bei Instagram genauso dann auch. Dann schreiben die Leute ein bisschen herzweifelt. Ja, und wir haben jetzt einen Facebook-Kanal. Ja, wir haben jetzt einen Facebook-Kanal. Und den wollen wir jetzt irgendwie aufbauen, weil... Wenn das aber nicht wieder steht. Ja, aber der Sven sagt ja zu uns, bei YouTube kann man unsere Videos ja nicht teilen. Und ihr könnt jetzt, sag ich mal, helfen auch bei YouTube. Wir versuchen immer, die aktuellen Videos dort zu posten. Und dass ihr die dann teilen könnt und uns auch wieder teilen könnt, dass wir noch eine größere Community werden. Auf jeden Fall, ich muss nochmal sagen, ihr seid wirklich die Aller, Allerbesten. Ihr seid Gold wert. Eure Tipps sind Gold wert. Und danke. Danke, danke, danke. Danke, ja. Wir sehen uns um 18 Uhr hier zum neuen Video. Und bis dann. Tschüss.